Ja, komm schon. Hey, was? Ihr könnt in den Gang dort noch nicht gehen. Wieso nicht? Ich hab dort die Fackeln noch nicht angezündet. Ach, du kümmerst dich um die Fackeln in den ganzen Höhlen. Ey, klasse Job, wirklich. Ja, ist kein schlechter Job, ne? Man kommt ziemlich viel rum in der Welt. Ja, das klingt super, aber ich muss jetzt ganz dringend in den Gang. Da soll ein legendärer Loot liegen. Tut mir leid, aber ich mach jetzt hier die Fackeln noch an und dann hab ich Pause. Aber du kannst ja morgen wieder kommen. Boah, nee, sorry. Also, so lange kann ich nicht warten. Moment mal, wie kannst du eine brennende Fackel im Inventar haben? Tut das nicht weh? Ach du, da hab ich einige im Inventar. Hab ich in der letzten Höhle aufgesammelt. Ach, nicht dein Ernst. Jetzt muss ich ja in die Höhle und die neu anzünden. Glaubst du, ich hab nichts Besseres zu tun? Entschuldigt. Ja, schon gut. Sag mir wenigstens, in welcher Höhle das war. Äh, streng genommen jede, der ich bisher war und das waren viele. Ach, nicht dein Ernst. Sorry, ich loot halt wirklich alles. Alte Spielerkrankheit. Weißt du, was mich deine Looterei kostet? Ja, du, ich weiß es nicht. Ein halbes Gold? Pro Fackel 100 Gold. Äh... Dazu kommt die Unfallversicherung. Was glaubst du, wie oft ich in den Höhlen irgendwo runterfall, weil es ja noch dunkel ist? Ja, also wegen der Fackel. Dann noch die Krankenversicherung, Unterhalt für meine drei Frauen und Alimente für die 17 Kinder. Also. Und über die Miete von dem Pferden reden wir erst gar nicht. Weißt du, wie teuer Rent der Horst geworden ist? Und Überstunden krieg ich natürlich auch nicht bezahlt. Von wem denn auch? Jetzt holt mal kurz Luft und lasst mich auch mal was sagen. Was? Also, bei mir im Inventar steht, dass so eine Fackel ein Gold wert ist. Ein Gold? Eine Fackel für ein läppisches Goldstück? Wollt ihr mir vielleicht ein paar Fackeln abkaufen? Ich hab wirklich mehr als genug im Inventar. Sehr gerne. Ich müsste noch zehn Gold bei mir haben. Naja, also für zehn Gold kriegt ihr nicht mal eine Fackel. Aber wieso? Ihr sagte doch, eine Fackel, eine Goldmünze. Ja, und ihr habt mir erzählt, dass ihr pro Fackel 100 Gold zahlt. Ja, und? Also biete ich sie euch für 99, das Stück an, bin ich immer noch günstiger. Ne? Marktwirtschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017